3, 2, 1 Abfahrt, wir gehen rein, Jungs Hi New Blood Moin Camille Let's see Wow, Special Effects Bring back Recruitschild Bring back Recruitschild Aha, a lot Tschüss, was machen die da? Hm 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 And we start with the recruits We have the new attacker, striker And the new defender Okay Together, they're in every single playlist And you'll be able to customize them Okay Also introducing big balancing changes Making sure that it's a lot more equal on both sides Okay Okay Yeah Alright, hä? W W, 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 W Das wollte ich unbedingt haben And we have much, much more for you Including a big update for weapons stats So that you get to learn more about the tools that you need to learn Player protection Player protection Making sure that we can verify all of the reports that are made using it Hm Hm Okay Ich beleidige vielleicht die Gegner ab und zu einmal Aber ich bin nicht disruptive Ich will meine Belohnungen haben Ja, okay Later in the year Ja, okay Later in the year ist okay Okay Aha Ja, das ist übergeil Aber Hanswurst 371 spinnt mich immer noch rum Ja, da haben wir Geist gehabt, oder? Also, Hanswurst rennt mich immer noch im Ranked um Real Talk Also, okay, cool Cool Wie meinen die das? Wie meinen die das? Redwoods 97 ist immer noch nicht gebannt Ich hab den vor 3 Monaten reported Das ist Choke Das ist Choke Alter, Redwood ist immer noch nicht gebannt Okay Das ist gut Das ist gut, das ist W Endlich Endlich Ja Meine Gebete wurden erhört Fenrir wird aus dem Spiel entfernt Sagt es mir Ja, Joshua, komm, sag es mir Komm, Fenrir Den brauche ich nicht Remove him Aha Nice shot Aha Okay Wait, 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 wait Moment Hm, okay Hm, okay Ja Okay, okay, das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut, das ist gut Das ist sehr gut sogar Das ist sehr gut Ich glaub, das wird für Com richtig geil Nice shot Wichtig Wichtig Wirklich wichtig 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 Ich glaub ich hab seitdem Solis raus und ist noch nicht einmal ein Gadget markiert Ich hab immer nur, ich bin immer nur reingegangen Ich hab noch nicht einmal ein Gadget markiert Oh 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 mein Gott Wait, 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 wait War das ein... Nein, oder? Ist das ein Stadium rework? Keine Impacts mehr Boah Oh mein Gott, es wird ein rework sogar Nein, nein, nein Stadium rework, ich heul We saw this work with Grim Where we did a part one and part two update And it's exactly the same philosophy we're using for Solis here Another Operator update coming is for Fremry We'll be actually reducing how many mines he has Boah Gott sei dank Geil Endlich 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 Geil Ja Ja All I need it Geiler Scheiß, Junge Hä Dead Operator Dead Operator Dead Operator Endlich ist er gone Endlich ist er gone Endlich ist er gone Geiler Scheiß Mh Boah, endlich mal ein W-Chain von Ubisoft Okay, Marketplace Das Wichtigste Alright Boah, das muss jetzt aber ein Malorcha sein Das muss ein Businessman sein, der führt den Marketplace an Ist das ein Business? He's standing on Business Das check ich direkt Mh, mh 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 Got it. Got it. Got it. Ah, okay. Ich dachte gerade, er sagt Player-to-Player-Traids. Boah, das wäre crazy, Mann. Player-to-Player wäre crazy, Jungs. Operation New Blood is bringing back a popular game mode for a limited run and adding a map filter option in the standard playlist, which Live Hunter Director Christopher Budget can tell you all about it. Ja, ja, ja. No more Emirate Plains. Ja. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich muss es immer noch spielen. Nein. Warum? Warum? Der war schon mal drinnen, oder was? Alright. Membership. To give you more info, here's Business Strategy Director Mohamed Ben-Nada. Geiles Feedback. Membership. Okay. Oh, Junge. Pico. Ja, cool, dann neues Outfit für Ned Flanders, Alter, he. Buh, ehrlich, hä? Ich werde es mir so oder so kaufen, aber... Nein! Card Background? Ash Epic Bundle? Er weiß ganz genau, was ich mir hole. Ja, Bro, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Bro. Weiß ich ehrlich nicht. Weiß ich ehrlich nicht. Weiß ich ehrlich nicht. Aber was kostet das? Stand das da? Stand das da, wie lange es da... Wie viel das kostet? 600 Euro, oder? 50 Euro als Maul! Zehner im Monat! Ich schreibe meinem Ubisoft Adson. Ey, kann ich das geschenkt haben? Spectating Update? Ja, okay, das interessiert mich nicht. Maybe? We wanted a more seamless experience for spectators, casters and observers, because they are all using the same UD, and we wanted to make that very efficient for them. Oh, oh, das ist clean. Oh, das viel geiler. Oh, das ist geil. Nightmaps? True? Warte mal, das ist eine Nachtmap? Wait, 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 das ist eine Nachtmap? Hey, das ist eine Nachtmap? Bring back Nightmaps? So, you have the inventory of each player visible. So, we allow the space in the cards to show what a player has in hand at any given moment. So, if a player is putting on a barricade, that space in the cards shows exactly what that player is doing. Ich meine, die Map wird gereworkt, Jungs. Die Map wird gereworkt, denk dran. Vielleicht ist es auch einfach eine Nachtmap jetzt. Ja. Ja, okay. Stadium wieder im Ranked. Ey, 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 wir haben es noch nicht gespielt, Chad. Wir haben es noch nicht gespielt. Erstmal runterkommen, erstmal runterkommen. Mhm. Later this year. Bro, das ist ein Season-Reveal. Und kein Year-Reveal. Sag mir bitte nur, was die Season kommt. Alright, let's see, let's see, let's see. Neue Stadium Maps. Okay, check ich aus, check ich aus, check ich aus. Stadium Alpha und Stadium Bravo sind wirklich Qualität der Lebensveränderungen. Die Community liebt sie als Events und, you know, sie kamen aus der Playliste. Okay. Aber es gab ein Problem. Und das Problem war das Bulletproof-Glass. Jop. Ja. Hm. Yes. Und das was wir gemacht haben, ist, wir haben das Bulletproof-Glass aus dem Objektivismus. Geil. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Das ist wichtig und richtig, Chatt. Boah. Boah, Jungs, ich sag mal, wie es ist. Ich glaub, die Maps können richtig geil werden. Weil das Ding ist, die Maps sind an sich wirklich geil, bis auf das Bulletproof-Glass. Uh. Oh. 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 Nothing too serious, but we have linked a few areas with some extra doors. So showers are linked with the door, servers are now linked with the door. We've added an extra hatch. Again, we've gone through and we've rebalanced the floors, so they actually match to the objectives. So it's actually easier to attack and defend with the breakable floors. Okay. The team that worked upon these Maps, Etienne, Alexandra, Jade. Alright. Die Homies. Shoutout. Bro gibt, Bro gibt seinem Team einen Shoutout. Okay, check ich, check ich. All of the Playlists, except for ranked. And we're looking forward to your free match. Wann nicht im ranked? Geil. The reason is adding more playable operators, AI defenders and map choices to the versus AI and map training playlists. Plus, we've got a new drill coming for experience players, looking to sharpen their skills even further. To give you more details, Christopher Budgen is back. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Versus AI Playlist, we're bringing two new maps, two new AI defenders and four new playable attackers, including Deimos. Ja, okay. Ja, gut, aber real talk, wer zockt das? Das ist geil. Das ist geil. Das ist strong. Endless drill is huge, W. Endless drill is huge, W. Aber Versus AI ist arsch. Gänsehosen grad. Gänsehosen, Alter. Woah, Gänsehosen! Mh, 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 mh. Alright. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Bitte enttäusch mich nicht. Ja, das interessiert keinen. Das interessiert keinen. Visual interessiert niemanden. Maybe Elite Skin? Mobile? Okay. Bro, wenn das Mobile Team anfängt, Skins zu machen für PC, wäre crazy, Jungs. Wäre crazy. Ich habe keine Ahnung. Mobile-Skins sind auf einem so ganz anderen, geileren Level als die PC-Skins. Okay. Bro, Kletterpark oder was? Das Ding hatte ich an dem Kletterpark. Ja, so fühle ich mich auch. Ah. All right. LMG, check ich. Zeig doch, es ist loadout. Zeig doch, es ist loadout. So, Season 2 is a really exciting moment for us on the team, because this is when we get to introduce our first Remaster. This is fundamentally our way of being able to maintain the health of the game to go back and reevaluate different pieces of content that have been released over time. And what a better place to start than Recruit. Now, I'm gonna say something that's gonna probably break some hearts, but it's honestly true. And it's something I've seen through all the deadlens. Blackbeard maybe, Sledge. Oh, der DM-4 von Maverick. Ja. Der DM-4 von Maverick. Geil. Mit Nails. Mit Smokes. Und einer Shotgun. Geiler Scheiß. Okay, LMG juckt. Okay, Breach, Charge, Claymore. Das ist nicht so interessant. Da ist ein Teddybär. Oh mein Gott, wir haben die Kommando. Die Kommando von Mossi. C4. Oh. Leck mich am Arsch. Der hat alles. Alter, der hat alles. Der hat alles. Was? Warum hat der den Kommando? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Yo. Was? Junge, also Rick Rubro, der ist crazy in der Defense. Kommando-Defense ist crazy. What the fuck? Falscher Kommando. True, 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 true. True, true, true. Oh mein Gott. Das war das falsche Bild, oder? Aber die Kommando heißt auch so. Falsches Bild. Jungs. Falsches Bild. Geht schön. Geht schön. Hey, dir meinst du das falsche Bild, ey. Hey, dir meinst du das falsche Bild, Bro. Bro, das hab ich grad richtig aufgehört. Bro, ich war richtig in meinem Film jetzt. Bro, ich war richtig ready, jetzt nächste Season nur noch Recruit zu spielen. Bro, ich war richtig ready, jetzt nur noch Recruit zu spielen, nächste Season, hä? Ja, das ist einfach das falsche Bild. Als da Junge Kommando in der Defense. 60 Schaden, einfach, einfach Full-Auto-Dame, ja. Ey, das ist ehrlich geil. Ey, das ist ehrlich geil. Das, das, was, das haben wir schon so lange gebraucht. Das ist jetzt interessant, kann nur einer jetzt Recruit spielen, also Striker oder den anderen Atzen, oder kann jeder? Wer? Two Times SE Showmatch Winner. Bro, ich sag dir, wie es ist. Schreib lieber rein, dass du ein D am Rank bist. Was ist das, Alter, hä? Hä, was ist das? Was für ein Two Times SE Showmatch Winner? Crater in Easter Egg Queen. Ah. Die hat coole Haare, aber. Die Haare sind cool. Ja, und bei die. Oh, bitte. Da ist sie zusammen. Easter Egg. Ich glaub, ich hab die, oh mein Gott, ich glaub, ich hab die auf Twitter schon gesehen, die eine direkte. Ich glaub, da hab ich schon das ein oder andere Video gesehen, wie sie irgendwelche Easter Eggs macht. Die Linke, Jungs, respektvolli, bitte. Respektvolli. Habt ihr schon mies auf Twitter gesehen? A real talk, kein Scheiß. Ich blog die meisten TikToker, äh, auf, auf, die meisten Siege-TikToker, weil ich keinen Siege-TikToker auf meiner View-Patch haben will. Crazy, Jungs. Hallo, hallo, zusammenreißen, bitte. Zusammenreißen. Chat. Mords, bitte. 30 Sekunden für die Leute, die hier respektlos sind. Das wollen wir nicht. Wir sind hier soziale Menschen. Good look cosplay. Ja, alright. Hard Breach Claymore oder Hard Breach EMP. Just to, like, put on a final thing from my perspective. M4. M4. And then period. Just M4, period, exactly. You could play the Season Test Surfer for Operation New Blood starting next week. Explore the strategies with both Sentry and Striker, and polish your skills with Endless Drill. This is also where I remind you about R6 Fix. The place to report issues you encounter and earn rewards for helping you. Alright, Jungs. Now, before we wrap up, we have an experiment for you. That could turn into a feverish nightmare. Alright. Doofenschmutz auf einmal in Rainbow Six, Alter. Bro, was macht Doofenschmutz da? Alright. Warte, 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 warte. Ab und zu, ab und zu announcen die doch noch was. Die announcen doch ab und zu noch was. So, neue Collapse maybe. Collapse. Throughout the Season. Badam, 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 ja. Zwei Elite. Warte, warum bringen die jetzt den Fenrir Skin? Bro, die bringen den Fenrir Elite Skin? Nachdem sie den genervt haben. Das ist alles zu kommen. Aber jetzt. Okay, now!